Moin und Willkommen zu einem Battlefield Let's Play auf Close Quarters und ja, heute mache ich mal ein Video für einen auf YouTube, der mir einen Kommentar geschickt hat und zwar wollte der wissen, also der wollte nicht wissen, sondern der wollte einfach nur, dass ich, ja, ein Video mache von der Waffe, das ist, wie ihr hier sehen könnt, die MTR-21 und ja, ich spiele die auch jetzt erst zum, glaube ich, zweiten Mal, also das hier ist jetzt das zweite Mal, dass ich die Waffe spiele, vorher nie gespielt und jetzt bemerke ich erst, wie gut die trotzdem ist. Ja, wie mir auffällt, ähm, Magazin ist sehr schnell leer bei der Waffe, was ich aber dafür besonders gut finde, die schießt extremst schnell und ja, das gefällt mir ja jetzt schon sehr gut bis jetzt. Ähm, ja, ich spiele hier gerade Conquest Domination und, wausch, das war natürlich jetzt blöd, egal. Ja, ich spiele Conquest Domination auf einem 32-Slot-Server und ja, ich kacke die ganze Zeit ab, das muss ich natürlich jetzt auch mal sagen, also am Anfang war es jetzt besser. Und, ja, ich bin ja auch auf einem nicht-deutschen Server, das heißt mein Ping ist auch ziemlich hoch, der ist momentan auf 106 und, nee, 127. normalerweise nicht normalerweise so, weil der normalerweise so ungefähr bei, ja, knapp 30 ist und ja, 127 ist ja jetzt schon ein bisschen viel mehr. Ähm, ja, hier werden auch die ganze Zeit Granaten geschossen, wie ihr gerade seht, was natürlich nicht vorurteilhaft ist. Also, ist witzig, aber, naja, nix für mich. Ich spiele normalerweise immer ohne Granaten, außer natürlich jetzt, äh, wenn ich Metro 64-Slot-Spiele und nur Kills haben will. Und spiele ich mit Granaten. Ähm, ja, jeder Zweite hier hat auch, ähm, Tag-Lighter auf der Waffe. Zumindest ein englischer Server, oder, nee, amerikanischer Server, sorry. Und, ja, ich kacke momentan so. Und, ja, ich kacke momentan so was von ab hier, und, ja, mal schauen, wie es jetzt weiter hier geht. Ich stecke mal nicht viel besser. Und wenn, dann auch nur, ja, in Maßen. Ja, das riecht mich jetzt schon ein bisschen auf. Und, ja, man muss auch sagen, das ist jetzt meine erste Runde für heute. Und ich hab jetzt schon mehr als, ja, fast eine Woche nicht mehr gezockt. Muss auch mal wieder ein bisschen reinkommen ins Spiel. Weil sonst sieht's für mich hier schwarz aus. Und, ja, ja, klar, Shotgun. Sehr beliebt auf den neuen Maps Shotgun zu spielen. Weil die Heils im Kleinen summt und, ja, mit der Shotgun immer irgendeinen Gegner trifft. Also, passt der noch. Jetzt will der sterben. Boah, alter, die mir ist schon auf den Sack. Mach Platz. Wo ist denn der jetzt hin? Na, verdammt. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd bei der Waffe. Keine Ahnung, ob es jetzt auch ein Erweiterungsmagazin gibt. Und, wenn's einen geben würde, dann packe ich das auch direkt auf. Weil, es regt mich jetzt schon ein bisschen auf, dass die Waffe so schnell leer ist. Kommt aber auch davon, dass, dass sie ziemlich schnell, äh, abschießt. Ich finde sogar ein bisschen zu schnell. Na, 31 Kugeln hat das Magazin. Aber, es kommt mir vor, als hättest du zwei. Ja. Ist halt bei manchen Waffen leider so. Kann man auch nichts verdienen. Oh Mann, läuft der mir gerade in die Arme rein. Ping noch immer auf 127. F2000, auch eine sehr beliebte Waffe. Spiele ich auch manchmal. Ja, ist ja nicht so gut. Naja, alleine Spiele machen auch nicht so viel Spaß. Also ich kenne hier auch gar keinen, der mit mir jetzt hier auf dem Server spielt. Und, ja. Ist halt ein bisschen langweilig. Also, nein. Also, nein. Freunde, noch eine positive KD. Jetzt schon wieder negativ. tief mal schauen was bei A so läuft jetzt hätte der mich auch schon fast gekillt ja die Waffe die ist ein bisschen komisch muss ich sagen ok der Typ hier der wollte mich messern aber irgendwie hab ich den nicht direkt gesehen und ist sowieso auch gleich vorbei ja das ist natürlich blöd wenn man einem hinterher läuft und dann stehen noch andere drei stück da einer hinter dir einer vor dir einer rechts einer links dann weiß man gar nichts mehr weiß gar nicht mehr was man machen soll könnte ich jetzt auch messern können aber nun ja messern macht ja jetzt nicht so viel Spaß dann knall ich die Gegend einfach lieber einfach ab oder sie mich halt die Runde ist glaube ich auch gleich sowieso vorbei ja noch 33 gegen 110 Tickets dann war es das mit der Runde hier die Waffe die Waffe die ist irgendwie ein bisschen die verhält sich ein bisschen komisch finde ich kommt gleich daher dass ich nicht an der Waffe gewohnt bin so und nur noch 2% Leben der hätte mir jetzt ein Medipet äh Medipet hinschmeißen können aber naja hat er wohl nicht gemacht die Sau ja das war's dann noch von der Runde hier und mein kleines Let's Play kann sein dass es jetzt ein bisschen langweiliger war das war es kommt vielleicht daher dass es noch morgen früh hier ist und ja ich hoffe ihr kommentiert jetzt mein Video ähm ja hinterlasst mir einfach ein kleines Feedback von dem Video und wenn ihr mehr also mehrere Videos sehen wollt abonniert mich einfach ich stelle normalerweise regelmäßig auch Videos rein ich bedanke mich dann erstmal äh fürs Zuschauen und hoffe wir sehen uns demnächst Tschüss